Kannst starten. So, starten. Ach, Ardchen, ey, wie viel Pech kann man haben, dass er direkt abhaut, wenn ich Foto mache, ey. Das war so unlucky. Wenn mein Schatz eine lange Weile hat, kann er ja dann das Bestop von unserer Aufnahme beschreiben. Ja, vor allem wie wir schreien. Wir lassen ja schon die ganze Zeit ein Aufnahmprogramm laufen. Seit drei Stunden. Es ist alles aufgenommen. Okay, es geht los. Okay, haltet euch fest. Also, wir brauchen ein Foto vom Geist, ein Foto vom Wasser. Das heißt, ich nehme mein Fotoapparat mit. Wir brauchen das EMF-Ding auf jeden Fall. Der Geist heißt Ruth Thomas und antwortet auch in Gruppen. Ich liebe unsere Ausrüstung mittlerweile. Ja, es wird doch langsam. Das heißt, man kann einen guten davon mitnehmen. Ich nehme den Fotoapparat mit. Ja, ich habe eine gekauft noch. Oh, Ehre. Was ist das hier unten? Salz, glaube ich. Salz, ja. Das ist aus Betonfisch. Das ist ein Gold. Du kostest ein Desktop. Da nehme ich noch die Kamera mit. Ich habe den Schlüssel. Okay. Also, wir haben... Du hast Thermometer, du hast EMF wieder? Ja. Elli? Sehr gut. Das läuft ja richtig geil, Mann. Lippt der Lachs. Diesmal aber hier. Wir machen es fertig. Wie ist es raus? Haha. So. Gehen wir direkt mal... Ah, jetzt habe ich die Geisterbox nicht. Aber die hole ich sobald ich die Kamera weggestellt habe. Ich könnte ja die Kamera tatsächlich... Ach ne, wir suchen erstmal. Wir suchen erstmal. Ach, das war das falsche Lichtschalter. So. Jetzt hätte ich immer den falschen Lichtschalter her. So. Ich mache erstmal alles an. Ach, da hat die dumme Sau nicht geklingelt. Ja, genau. Ein Stück, du elendiges. Okay, okay. Okay, so. Oh, ich habe hier direkt einen Schlüssel gefunden. Ne, nehme ich mit. Okay. Da ist... So. Klammer hier... Ihr könnt hier gleich mal reingehen ins Bad. Ich schwöre es euch, wenn das Klavier mal spielt, dann raste ich aus. Dann bin ich weg. Ja. Da ist sicher... Also, gut. Garage, die Sicherung. Oh my goodness. Ich habe keine Temperaturunterschiede. Okay, ich glaube wir haben... Hä? Was liegt denn da auf dem Boden? Da ist der Knoche. Warte, ich mache Foto. Yeah. Jawohl. Okay. Jetzt kannst du ihn mitnehmen. Jetzt kannst du deinen Knoche mitnehmen. Pick ihn mal. Pick the little... Lass mich ihn abziehen. Oder lass ihn einfach liegen. Der möchte hier auch einfach nur rum chillen. Ich kann ihn auch nicht abziehen. So. Oh, hier ist doch schon mal schweb. Oh, voll hübsch. Oh, hier könnte man Kaminern machen, ne? Also... Ja. Hier gibt es gar keinen. Kein Licht. Kein Licht, ne. Kein Licht, ne. Aber da links. Gott. Wie der einfach noch... Wie der einfach noch dreht. Der ist gerade erst angegangen. Äh, beim reingehen? Ja. Vielleicht ist er gekoppelt mit dem Licht. Keine Temperatur. Ja. Keine Temperatur. Okay. Also hier unten ist nichts. Schöne Scheiße. Also nach oben. So. Wenn's knarzt, ich bin's. Ich mach's Licht an. Okay, das Licht ist aus. Also die Sicherung ist fort. Ich mach die Sicherung an. Warte, ich stell schon mal ne Kamera oben hin. Aber mach doch erst mal das Licht. Äh. Ja, ich seh grad nix zum Kamera hinstellen. Ja, deswegen mach erst das Licht. Erst mal runter die Garage. Ich bräuchte nur ne Taschenlampe. Dammit. Äh. Wo war die Garage? Möchte ich nutzen? Ja. Ah, da. Genau da rein. Machst du an? On your way. Okay. Licht wieder an. Gut. Ist ja alles noch nach oben, jeder Schalter. Ne, der ist unten. Okay. Ah, die Schalter sind wieder unten. Die Wichser. Ihr habt immer noch über eine Minute Zeit. Ja. Okay, warte. Ich stell jetzt die Kamera hier direkt in den Gang. Kannst du hier mit der... Oh ja. Gefriert Temperaturen auf jeden Fall. Äh. Hier kurz... Genau. Genau. Perfekt. Perfekt. Warte. Bleib so. Ich stell die Kamera auf. Bob. Wo wollt ihr die zweite hinpacken? Ähm. Warte mal. Was hab ich noch dabei? Ah, und der Fotoapparat hatte ich dabei. Genau. Ihr könnt auch die zweite Kamera aufstellen. Das Ding macht die Türe. Was ist da? Ähm. Mach mal EMF. EMF da oben. Und ich hol gleich die Geisterbox. Noch 30 Sekunden. Könntest du noch die zweite Kamera aufstellen? Hast du da nicht? Nee, ich hab nur eine Kamera. Nee, hattest du jetzt mal eine Kamera dabei? Ja. Aber... Warte. Ja, ich muss... Ich hol jetzt auch erstmal, ähm... Die Geisterbox. Zum Reden. Ja, ja. Ah fuck, ich hab was für so ein Foto gemacht. Gibt's da oben Badefunk? Ähm. Ja. Wegen dem... Ja, wegen dem Wasser. Ja. Deswegen, ich brauch die Kamera bei mir. Das heißt, ich nehm jetzt die Geisterbox. Das heißt, ich nehm jetzt die Geisterbox. Das heißt, ich kann auch nach Orbs schauen. Ja. Oh, hast du das gesehen, Schatz? Nein. Auf... Du siehst doch dahinten das Gemälde. Ja. Und da ist eben was rechts aus... Aus dem Gang. Da ist... Der Gang knickt ja nach rechts ab. Ja. Da ist kurz was rüber geschlupft und wieder weg. Oh, ich werd's mal im Auge behalten. Äh... Ich behalte im Auge, ich behalte im Auge, ich behalte im Auge. Ich behalte im Auge. Äh... Ich sag dir wahrscheinlich, falls es wieder aufgeschickt. Okay. Warte... Warte, und das Knicklicht brauchen wir noch. Oder... Hm... Genau, ihr müsst nach Abdrücken schauen. Ah, shit. Ähm... Warte, wo? Was, wo? Da ist so ein Gemälde da hinten, ne? Ja. Und nach rechts geht der Gang weiter. Und da hat kurz was um die Ecke so gelunzt. So kurz rein und wieder raus. Deswegen stell dir am besten mal an die Ecke die zweite Kamera. Ich denk mal die eine Kamera lang tatsächlich. Wir brauchen nämlich, das Problem ist, ich hab jetzt die Box und den Fotoapparat. Und ich kann leider nicht mehr das Knicklicht nehmen, um das in der Flur zu schmeißen. Oder die UV-Kamera. Oh, das Buch brauchen wir auch. Das Buch müssen wir oben hinlegen. Sieht so aus, als wirst du auch noch mal mit rein. Ja. Ich komm jetzt wieder hoch. Du nimmst das Buch, schmeißt es in der Flur. Wer leuchtet uns da? Ich leuchte. Ich hab die Starke. Und... Und das Knicklicht. Oh, guck mal! Das hat's die Kamera umgestellt eben. Ja, dann stell sie wieder um. Das Vieh. Die Hure. Die Maus. Hä? Wer hat da nochmal geklickt? So. Warte. Okay, ich glaub ich bleib mal hier. Ich schwör's dir gleich, schwingt die Tür auf. Aber wir brauchen noch ein UV-Licht da oben. Oder das Knicklicht. Ich komm doch auch mit dem Buch hinterher. Wir gehen zu dritt da hoch. Wir gehen zu dritt da hoch. Schatz schmeißt das Buchi in der Flur und du schmeißt das Knicklicht in der Flur. Ja. Achso. Warte. Und ich mach schonmal als Beweis 1 Gefrier. Genau. Temperaturen. Ja. Genau. Okay. Knicklicht, Buch, Taschenlampe. Auf geht's. Wir haben alles. Oh, da oben ist Licht an. Oh, Mamma Mia. Oh, Mamma Mia. Du, 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 du. Ah, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. Mamma Mia. Oh. Wir haben jetzt zum Glück keinen weiten Weg rein. Es ist ja noch geradeaus. Ja. Ja. Okay. Ich geh vor. Ich geh vor. Okay, Achtung. Hoch, reinschmeißen, runter. Okay. Schmeiß die Scheiße dahin. Am besten hier vor den Raum, wo das Licht eben an war. Oh, ja. Hier. Hier. Hier hinschmeißen. Okay. Knick... Ist direkt reingeschrieben. Die, die, die. Oh, fuck you. Das Knicklicht ist aus. Das Knicklicht ist aus. Das Knicklicht ist aus. Du musst es jetzt anmachen, Ellie. Knicklicht nehmen. Anmachen, hinschmeißen. Äh, nimm's. Und einfach links klicken. Und dann wieder hinwerfen. Nimm's einfach mit E. Auf dem Buch liegt nicht dein Knicklicht. Ja, genau. Jetzt nimmst du's in die Hand, drückst rechts klick und schmeißt es hin. Links klick. Perfekt. Genau, genau, genau. Raus, raus, raus. So, ich muss noch reden. Ich muss gucken. Ja, ja, du guckst. Bist du hier... Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Habt ihr von Dai 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 ein Foto gemacht? Oh, warte. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Okay, gehen wir erstmal raus und gucken, ob da was passiert. Wir einfach instant Dai Dai Dai. Holy Macaroni. Holy shit. Gleich erstmal eintragen. Warte. Kurz zur Teambesprechung. Hihihi. Wer kann doch Geister Buch eintragen? Doch, Buch. Doch, Geister Buch. Genau, aber eintragen. Buch. Geister. Alter, aggressive Bitch, alter. So, das heißt, es könnte sein Devon oder Yuray wieder. Oh, Mann ey. Das heißt, die Indizien, die wir brauchen, wären... Buch. Geister Box oder Geister Orb. Gut. Geister Orb können wir tatsächlich ausschließen, guck. Weil die ganze Zeit kommt kein Orb. Ja. Ja. Und wir wissen, dass man die direkt sieht. Dann, äh, morgen aber ich wäre mir nicht sicher, was jetzt mal was auf dem View. Ja, weil man halt die Ops nicht gesehen hat. Wie heißt das Vieh? Ruth Thomas. Okay. Ich muss ein Foto von ihm noch hinkriegen für den Task. Ey, oh scheiße. Wir haben noch gar nix. Ja. Der EMF-Reader fehlt noch. Das kriegt nicht aus. Weil noch kein, äh, übernatürliches Ereignis war. War noch die ganze Zeit ruhig. Wir gehen hoch. Äh, hast du den EMF-Reader dabei? Ja. Okay. Wir gehen hoch. Ich hab die Kamera und die Box. Ich schrei den Namen. Und da müsste eigentlich schon mal, äh, was passieren. Ruth. Warten wir was? Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ja, dann wollen wir uns unter das Wasser. Krieg ich Wasser, wenn nicht welches. Das Problem ist, ich hab nur noch ein Bild, ne? Ah, scheiße. Ja. Also Geist oder, ja, ne, ich hab das Geisterbuch zweimal, vielleicht hätte ich schon das erste gezählt. Ja, stimmt. So. Die Box. Gleich. Mit denen schon überall Türen. Okay. Ich hör das doch vom Geistenfoto. Du hast den EMF jetzt an? Ja. Okay, dann sag ich jetzt den Namen. Ruth Thomas. Bist du hier? Ruth Thomas. Nichts erkannt. Ruth Thomas. Okay, Geisterbox ist weg. Kommt nichts erkannt direkt. Ja, ich stand hier. Ich hab bei mir den Atem hier. Gute Hose bei ihm. Ähm, wo war hier das Bad? Für das dreckische Wasser. Ja, könntet ihr die zweite Kamera noch aufstellen am Ende des Traums? Vielleicht sind nicht da Orbs. Die hab ich jetzt immer gar nicht dabei. Achso. Ich such nur schnell, eben kurz, ähm, da ist das Licht an. Da ist das Zimmer mit dem Licht. Ja. Okay. Wo ist das scheiß Bad? Hier ist das Bad. Warte. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Aktivität ist null. Hm, kein Wasser. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Wir können noch in den Gang hinten greifen. Gerade aus. Gerade aus. Welches? Hier ist auch noch ein Waschbecken. Warte, ich probier's ja noch einmal. Gib uns ein Zeichen. Aktivität ist eins. Gib uns ein Zeichen. Hm. Aktivität null. Hm. Aktivität zwei. Es ist schwer zu sagen, antwortet halt auf die Box null, ne? Und er würde, er antwortet in Gruppen, also das ist es nicht. Lass nochmal probieren. Bist du hier? Aktivität null. Bist du hier? Bist du hier? Keine Box, Mann. Bist du hier? Aktivität zwei. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hm. Ja, ja, guck. Atemwölkchen. Ja, ja, guck. Atemwölkchen. Scheiße. Orbs oder Geisterbox. Der macht... Hast du's gehört? Nein. Gerade ging irgendwo die Tür auf. Ja, der Schrank. Der Schrank. Der... Der Schrank. Das? Tatsache. Was? Ich war's, ich war's, ich war's. Oh. Es war Matt. Jetzt ging wieder irgendwo eine Tür auf. Und wieder zu. Nein, nein. Eben war noch was. Mann. Das ist wieder so 50-50. Wir könnten ja, weil der ja oben ist... Also, aber hier unten haben wir ja zusammen durchgeguckt und keiner von uns hat ein Witcher-Brett gesehen, ne? Ja, da waren wir da. Scheiße. Ein Witcher-Brett wäre jetzt echt praktisch, Mann. Hm. Hier war der Kack-Knochen. Ist hier noch Wasser? Ja, hier könnte auch noch Wasser sein. Müsstens wir gehen nochmal in den Keller runter. Im Keller waren wir aber noch gar nicht, ne? Ja, eben. Okay, wir gucken mal kurz nach dem Witcher-Brett im Keller, ja. Ja. Ja, guck jetzt mal. Aber ansonsten, wie gesagt, auch Sanity ist bei 50% oder 50%, der könnte doch erstmal die Fisch. Ja, das geht noch. Ja, das geht noch. Das geht noch. Soll ich vorgehen? Da liegt ein Ball. Warte, ich mach das Licht an hier. Witcher-Brett bist du hier? Brettchen, Brettchen, Brettchen. Ist das da unten eins? Ne, das ist ne Box. Also hier ist schon mal leider kein Witcher-Brett. Aktivität ist Null-Konferenz. Ey, wird der Dämon oder Yurei? Das gibt's doch nicht. Witcher-Brett. Das ist jetzt bestimmt ein Dämon oder sowas. Dafür ist er aber nicht aggressiv genug. Also ich... Der hat uns noch gar nicht angegriffen, ne? Ich schreib Yurei gleich ne Hass-Mail. Yurei, ja. Du gehst mir fast bevor wir so auf den Sack. Du Hurei. War in einem Bad ne Badewanne? Aktivität sagt 4 hochgehüpft. Okay. Ich denk nicht du Hurei sagen wollen. Was? Hier ist noch die Waschbecken. Achso, da war ich... Die war ja oben. Okay, hier geht das... Hier ist das Licht. Ah, Mann. Aktivität sind wieder auf 3. Nein, jetzt ist die Aktivität wieder ganz unten. Also hier unten ist auf jeden Fall kein Brett. Doch! Nein, das wird das Scheiß-Magazin. Schmerzt aus. Wenn ich noch einmal ein Scheiß-Magazin... Nein, mach dir kein Licht da. Äh... Gute Frage. Ach, das passiert ja gar nichts. Wo? 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 Hier ist noch ein Bad. Kein Witcher-Board. Kein Witcher-Board... Uh! Oh... Green hairs. ok hier unten ist kein witcher board und hier unten ist auch kein irgendwas come on bitch talk to us zeigt dich mann wo bist du welches was raus ich hätte es ich sage dass es in jure in dem und hätte viel öfters jetzt angegriffen ist der aggressivste und er tut einfach nix wir machen jure es war aber das wasser war nix mit dem emf war elli die ganze zeit unterwegs war halt auch nix schmeiß die box mal weg jure was hätte man zu jure gebraucht die orbs ne ok ob jure habs drin das wird jetzt wahrscheinlich immer das sein ihr auch fertig ja ok ab geht's ne kann ja nicht wir haben ja zwei feste beweise wir haben ja wir haben ja auf jeden fall das buch ja nice cool geil 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 genau geil geil